So, sollst du hier das Holz gleich, oder was? Das ist mein Holz! Führe ich! Warte, das nebelst du gleich! Führe ich! Das ist doch kein Problem! Ich hau dich! Ja, wie dein Holz! Das ist mein Holz! Das sind die 15 Raummeter, die wir brauchen! Äh, Festmeter! Geh weg! Junge, ich zwick den Kopf ab! Geh weg da! Ich hau ein Futter jetzt! Hör auf da!